einen wunderschönen guten abend wünsche ich euch und es ist immer noch polizeistunde wir gehen jetzt erstmal in schädigung und kicken mal also unser ansehen ist ein bisschen gestiegen das heißt wir können sein top oder amphetamin mal ruhig tag ein höher bauen kann ich das eigentlich auch so verändern machen wir mal auf 13 euro es ist wieder mal viel zu hoch ich verstehe nicht warum man die preise bearbeiten kann kann ich jetzt hier 11 euro eingeben das ist wieder jenseits des guten 10 euro noch mehr kaufen außer ok ich warte bei dir ich warte auf dich bei mir zu hause deine schulden laufen sich auf 130 dollar das geld Was sind Eddie's own horse? Oh, down, Eddie. Die Schulden sind schon mal zurück. Wenn du ja hier bist, ne? Du hast kein Geld. Das hier zum Beispiel kostenlose Drogenversteck. Das hier. Ach nee, hier kann ich sprühen, okay. Ja, dann bringen wir doch hier mal kostenlos 1 Gramm Manvitamin hin, wa? Ach, ich bin eigentlich nicht so der Typ für kostenlose... Boah, das sticht aber voll raus, Alter. Ihr seht das, glaube ich, geht gar nicht so, ne? Also bei mir... Ah, das ist auf jeden Fall ein bisschen stechend. Ich hab ja auf meinem Monitor noch Colour-Corrections drauf, damit das ein bisschen farbenfroher ausschaut. Bei mir ist um die Schrift Knallerrot. Also... Schon so, als wenn... Ja, also wie gesagt, Amphetamin haben wir jetzt noch hier. Wenn wir das noch um 1 Gramm Strecken kommen, Stoff hinzufügen. Ich möchte 1 Gramm dazu machen, 1 einzigen. So, mischen wir das noch mal. Anwenden. Wir kriegen 1 Gramm raus. Okay. Wir kriegen 1 Gramm raus. Wirklich 1 Gramm? Ne, natürlich nicht. 0,1. Natürlich. Und dann nochmal Mix anwenden. Ich will mindestens 11 Gramm, Leute, damit wir das strecken können. Und wie viel sind's? 11,94. Hm. So. So. Das heißt, wir ver... Produkt verpacken. 1 Gramm Tüten. Hinzufügen. Rest wieder... Äh... Rest wieder da rein. Ach, ich muss ja erst F-drehen. Rest da wieder rein. Ähm. Machen wir jetzt einfach mal orange. Den Rest... In den Mülleimer bitte entsorgen. Es geht ja nicht anders. Packen 1 Gramm Gras rein. Wie viel Geld haben wir noch? 25 Mal? US-Dollar. Also 26 Dollar haben wir. Okay. Oh oh. Oh no. Scheisse corrupt кто was. Leute. Wy... Tsch어. Nicht nur du. Kostenlose Probe. Wir finden da noch ein paar Sekunden Hey jo, hey 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 du Hey hey, hallo Hallo? Ich denke Ich glaube Spricht Ich habe Dbergue Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Oh Gott, ich bin ja komplett los. Ich muss ja da hin. Oh no. Oh Mann, ist das spannend, ey. Ohne Witz. Hast du Farbdosen für mich? Ja, guck mal einen an. Ach, lol. Ich möchte aber nur... Ich möchte aber nur einen haben. Was sagt man, dass ich nur in Filmbaddosen kaufen kann? Oh, Zahn, Alter. Ich muss mir meine Hand nehmen. Okay. 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 Nicht jetzt den Spreuer. Da vorne. Hier wäre eigentlich der Ort. Da, wo ich markieren müsste. Genau hier. 420. Hey. Bin jetzt der Sprühfahrer. Hab ich schon gemacht. Dann kann ich sie nochmal verwenden. Oh, das ist meine Rutsche. 420. Kappa. Oh, das ist die Omen. Oh. You don't recognize me. Ich glaube, wir schlafen jetzt erstmal die Zeitstunde über. Oder? Gucken kurz nochmal bei Shady kommen. Okay. Yo. 4 Gramm. Asp. Speed. Asp. Äh. Instant 4 Gramm Speed zu liefern. Ich brauche 2 Gramm Speed. 4 Gramm plus 4 Gramm ergibt 8 Gramm plus 2 Gramm ergibt 10 Gramm. Produkt verpackt. Ich habe aber nur noch 8 Gramm. Das heißt, ich nehme 2 mal 4 Gramm. Ich kann kein 4 Gramm herstellen. Aber ich kann 3 mal, äh, 4 mal 2 Gramm herstellen. Und das ergibt ja dann auch 4 Gramm, ne? Hm? Stopp. Wir sollten das erstmal annehmen. 2 mal 4 Gramm. Instant. Können wir annehmen. Angebot erstellen. 2 Gramm, ne? Keine Lust, dude. Du bringst mir zu wenig Kohle. Bestätigen. Wir dürfen uns bloß nicht von dem Bullen erwischen lassen. Der eine Typ ist schon wieder hier in der Ecke. Ja, klar habe ich das. Falsches Dope. Ich gebe dir gleich. Ach, du brauchst 4 Gramm Amphetamin. Ja dann. Abbrechen. Ob was vergessen? Ich komme gleich zurück. Wenn du nur 4 Gramm Amphetamin nur brauchst, dann. Tja, davon habe ich auch Lager. Muss auch gucken, dass ich hier mit dem... Verpacken. 3 Gramm noch. Einmal. Ja. So, let's go. Runter hier? Hallo? Ich häng fest. Also, wie gesagt, wenn du nur 4 Gramm Amphetamin brauchst, dann können wir uns aber eigentlich bei mir zu Hause treffen, Alter. Einmal 3 Gramm und einmal 1 Gramm. Und der andere ist jetzt wo? Hier links von mir? Ne, rechts von mir. Jo, Bro, nächstes Mal kommst du zu mir nach Hause, okay? Weil du bist mir ein bisschen riskant hier. Du willst ja auch Amphetamin! Ah! Moment, ich bin gleich zurück. Hab was vergessen, bin gleich wieder da. Okay. Das ist alles noch gut. Guck, guck. Hab ich was Falsches gelesen? Die wollten auf Speed. Das ist doch nicht Amphetamin, oder? Speed sind Drogen, Gras, so wie ich es gerade im Dingens gelesen habe. Ähm... Produkt verpacken. Oh. Wie viel wollte der jetzt? Liefer 4 Gramm Amphetamin, okay. Kriegen wir hin. Zweimal. Ne, zwei. Ja, danke. Erschaffen und Elementar. Und los. Ich bin schnell hier rüber. Er ist hinter mir hergerannt. Ich hab das Zeug von dich. Mal hallo. Ich hoffe, du kommst damit lange aus, weil... Eddie ist ab und zu mal sauer. Na, aber auch mal ab und zu. Ach ja, Leute. Ich hab übrigens vergessen, Color Correction draufzulegen, aber... Egal. So. Hey, ich brauche zwei Gramm Speed. Speed ist für mich... Droge. Gras. Und nicht Amphetamine. Was braucht die? Zwei Gramm Amphetamin. Produkt verpacken. Zum Glück haben wir noch zwei Gramm, Alter. Scheiße. Ah, hab ich gut gehandelt. Ein Gramm haben wir nämlich noch. Das ist ein Gramm. Bist du das? Schnell, bevor die Bullen kommen. Dieses Springen ist übrigens sehr sehr gut. Durch Springen geht meine Ausdauer nicht weg. Okay, also markiere insgesamt vier. Ach so eine Altstadt. Die Altstadt. Aha, ihr seid da unten und ich bin hier oben mit meiner Putze mit ganzer Gerogen. Okay, Drogenmodus. Eigentlich möchte ich die... Eigentlich möchte ich die da reinpacken. Und so wie... Grün. Hinzufügen... Was? Da. Da. Und da. Perfekt. Meine Ehre ist ein bisschen gestiegen. Also meine Ruhe meine ich. Mhhh... Sind jetzt bis jetzt noch keine neuen Aufträge reingekommen. Wir können aber zum Ende mal sagen, Alter, ich brauche ein bisschen mehr Amphetamine. Und zwar jetzt so 20. Ja... Oder ein bisschen mehr. Machen wir mal 21. Huch. Also ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, ne? 21 wären 147. Oh, wir machen mal 25. 75 ist ein bisschen zu viel. 23? Auch noch. Dann machen wir 22. Bestellen. Achso. Wir müssen noch kurz gucken, ob er was geschrieben hat. Eine neue Nachricht. In 30 Minuten. Wir haben jetzt 50. Noch eine Nachricht von der Linie. 2. Ach guck mal, jetzt braucht er 2 Gramm Gras. 2 Gramm Gras. So. Nehmen wir an. Wenn jetzt wieder steht oben Amphetamine, dann rast dich aus. Marihuana. Geht doch. Verpacken. 2 Gramm. Erschaffen. Let's go. Ach, der ist am Arsch der Welt von Bielefeld, Alter. Na ja. Ich bin in der richtigen Richtung. Oh oh. Hat sich nicht gut angehört. Direkt unter dem Tower. Ist auch nicht toll. Ja ja, ich hab's dabei. Ok, mein Geld und ich bin froh. 40? Hm. Toter Briefkasten. Wo? Ach ja. Schon wieder da hinten. Ach Junge. Haben die keinen live oder warum müssen die hier laufen, ey? Na ja. Na gut, Leute. Wir holen das jetzt noch kurz ab, das Paket. War ein bisschen risky, ne? War es das auch mit der Folge? Leute. Ich lade zwar sehr schnell jetzt hoch. Ich hab ja eine 400.000 Leitung endlich. Glasfaser. Das ist so geil, Leute. 200 Mbit Upload. Ach. Ach. Das schmeckt schon. Ähm. Na wie gesagt, ich hab auf jeden Fall 200 Mbit Upload. So. Der hat das versteckt. Da. So. Manchmal denke ich mir immer so. Hm. Also wie gesagt, 200 Mbit Upload. Ich lade ein 2 Gigabyte Video innerhalb von ein paar Minuten hoch. So. Na. Aber es ist halt schon ganz geil. Ich hab nicht wo das Paket sein soll. Mitten im Gang? Hier? Versteckt oder wo? Ach. Dahinter. Oh. Das hätte man ja nicht finden können. Run, boy, run. The sign to sign to run, boy, run. Jetzt schnell den Bullen entweichen. Ich bin ein Känguru. Mich krieg mal nicht. Ja. So. Mein Antivitamin ist auch wieder da. Da strecken wir jetzt einfach mal schön auf 44 Gramm. Hälfte. Und dann passt das. Äh. Platzieren. 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 Nehmen. Da drauf. Ach. Ich muss in den Labormodus. Das. Zack. Das. Zack. Und davon. Und davon. 7 Gramm. Und dann nochmal. Ähm. Da ist immer noch ein Gramm drauf. Da ist immer noch ein Gramm drauf. Habe ich jetzt mich vermixt? Vermixt. 8 Gramm Amphetamin. 8 Gramm Amphetamin. Ach ne. Ich darf ja nur maximal 11 Gramm nehmen. oder? Stoff hinzufügen. Stoff hinzufügen. Stoff hinzufügen. ein paar Gramm kommen. Und jetzt können wir das da oben in unserem Amphetamin. Amphetamin. Hehehe. 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 Ne. Kapazität. Achso. Kapazität voll. Also ich kann mal nur maximal 30 draufschmeißen. Ach. Stoff verpacken. Achso. Wenn er dem Mix ist, dann. Mix anwenden. Mh. Haben wir jetzt doch eine 30 Minuten Folge, Leute. Können wir nichts dafür. Können wir nichts dafür. Okay. Das ist jetzt Amphetamin Mix 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 Mix. Das heißt. Das da oben 3. 29,8. Nein. Ich möchte 30. Ach. Fick dich doch. Stoff. Ne. Ich möchte halt. Hallo. Ich möchte den Stoff hier drauf packen. Und den Stoff da hinten ran. Okay. Dann mixen wir es erst nochmal hier mit. Äh. Machen wir mal. 1 Gramm. Dann passt das. hinzufügen. Mix anwenden. 52 Prozent Backkohl. Aber ich hoffe, das ist jetzt nicht so schlimm. Äh. So. Jetzt ist es fertig gemixt. Packen wir da hinten rein. Gut. Dann verpacken wir das. Stoff verpacken. In 1 Gramm. Ja. Mach mal. Den Rest schmeißen wir weg. Fast 1 Gramm. Das sind halt. Ein bisschen was. Oha. Wie viele Skillpunkte wir haben. Okay. Also verkauf auf jeden Fall ein bisschen mehr. Und das machen wir auch. Okay. Leute. Dann würde ich sagen. War es das mit der Folge. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Und tschö. Bye. Bye. Bye.